Hallihallo, lieber Podcast-Hörer, liebe Podcast-Hörer, ich grüße dich zu meinem Podcast Michael Weyrauch, dein Podcast für Verkauf, Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. Wenn das Spiel nicht so gelaufen ist, Bayern feuert Nagelsmann, was können wir dafür unser Business übernehmen? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie du schon gehört hast, wenn das Spiel nicht so gelaufen ist und was können wir für unser Business da übernehmen? An diesem Wochenende sorgte eine Nachricht in der Welt des Fußball jetzt momentan für Aufregung, denn der FC Bayern München feuert seinen Trainer Julian Nagelsmann nur acht Monate nach dessen Amtseintritt. Der Grund dafür, die Mannschaft hatte nicht gewünschte Ergebnisse erzielt. Dieses Ergebnis ist ein Beispiel dafür, dass auch im Sport die Leistung nicht immer den Erwartungen entsprechen und das gilt auch für uns in der Geschäftswelt. Wie reagieren wir, wenn unsere Pläne scheitern oder unsere Ziele nicht erreicht werden? Die erste Lektion, die wir aus der Entlassung von Nagelsmann lernen können, ist die Bedeutung von Verantwortlichkeit als Trainer, respektive als Chef, CEO, selbstständiger Unternehmer, war seine Leistung der Mannschaft verantwortlich zu sein, beziehungsweise als Trainer musst du Leistung der Mannschaft verantwortlich bleiben. In der Geschäftswelt müssen wir auch Verantwortungen für unsere Entscheidungen und die Ergebnisse unserer Arbeit übernehmen. Ein weiterer wichtigerer Aspekt ist die Fähigkeit aus Fehlern zu lernen. Wenn etwas schief geht, sollten wir nicht nur nach Schuldigen suchen, sondern auch analysieren, was schief gelaufen ist und wie wir es in der Zukunft besser machen können. Und eine weitere Lektion ist, denn wir berücksichtigen sollten, ist die Bedeutung von Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Wenn unsere ursprünglichen Pläne nicht so funktionieren, müssen wir bereit sein, unsere Strategien anzupassen und neue Wege zu finden, um unsere Ziele zu erreichen. Und das ist egal, welche Ziele, das du erreichen musst oder sollst. Und schlussendlich sollten wir uns immer daran erinnern, dass Misserfolge Teil des Prozesses sind. Niemand ist perfekt. Und viele gehören zum Lernprozess dazu. Wir sollten uns nicht ermutigen lassen, sondern weiter hart arbeiten und unsere Ziele zu verfolgen. Insgesamt können wir also aus der Entlassung von Nagelsmann eine Menge für unser Business lernen. Verantwortlichkeit, Lernbereitschaft, Flexibilität, Durchhaltevermögen sind nur einige der wichtigen Aspekte, die uns helfen können, auch in schwierigen Zeiten erfolgreich zu sein. Und jetzt möchte ich dir noch eine kleine Anekdote auch so sagen von mir. Ich bin der Freund von Fehler machen und von Fehler lernen. Ich habe auch selbst analysiert und habe ja auch schon einige kleinere Fehler eingestanden. Und das waren für mich Learnings. Jeder Selbstständige, whatever, jeder Unternehmer macht Fehler und muss Entscheidungen treffen. Aber daraus entstehen halt auch neue Chancen, neue Challenges, whatever. Wie sagt denn auch ein Wolfgang Krupp, wir müssen bereit sein, auch mal dazu einzustehen. Nur das jeden Tag zu machen, wo dir Spaß macht, ist das Wichtigste an deinem Beruf. Du bist doch selbstständiger Unternehmer oder Unternehmerin geworden, weil du mit deiner Vision, Mission ein Teil der Wirtschaft beitragen willst und auch somit den Standort Deutschland verbessern willst, damit deine Dienstleistungen, Produkte in Deutschland produziert werden, whatever, 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 anerkannt werden. Dahin ist noch so viel Entscheidungsbedarf möglich für jeden. Aber ich würde jetzt gerne dir vielen Dank sagen für dein Zuhören in meinen gesamten Podcast-Folgen. Ich hoffe, jede einzelne Podcast-Folgen hat dir gefallen und ich freue mich immer riesenmäßig, wenn du meine Podcast-Folgen, whatever, welche Podcast-Folge das es auch ist, die auf deinen Social-Media-Plattformen teilst. Ich werde versuchen, dieses Teilen zu reposten und auch liebend gerne auf iTunes oder Spotify diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung zu bewerten. Und wir hören uns beim nächsten Mal in der nächsten Podcast-Folge. Dein Michael, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen deiner Seele, deiner Entscheidungen. Dein Michael, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Umsetzen.